Du willst messen, bis der Arzt kommt und weißt nicht wie? Dann ist der Data Layer genau das Richtige für dich. Der Data Layer. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge in unserem Master of Search Podcast aufgenommen. Wenn dir also die Tonspur mehr liegt, hör dir das gerne an. Die Inhalte, die ich hier in dem YouTube-Video zeige, sind ein bisschen anders. Gerade am Data Layer kann man an praktischen Beispielen wunderbar erklären, wie das ganze Konzept des Data Layers funktioniert in Verbindung mit dem Google Tag Manager, wie du das bei dir optimal nutzen kannst. Und ich will auch gleich ein, zwei Beispiele mitgeben, die außerhalb der typischen E-Commerce-Welt liegen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg beim Implementieren des Data Layers. Und dazu gehen wir mal direkt rein in unseren kleinen, aber feinen Demo-Store, den wir auch in unserem Master of Search regelmäßig nutzen, um zu illustrieren, was es da so zu wissen gibt zum Thema Tracking, Web Analytics und Co. Okay, also das ist ein E-Commerce-Store. Nichts Besonderes basiert auf WordPress, WooCommerce. Und hier kann man jetzt im Prinzip mal sich anschauen, was da passiert. Ich bin im Google Tag Manager in der Vorschau-Konsole. Ich switche mal rüber. Hier in der Vorschau-Konsole sehen wir jetzt so ein paar Events, die hier ablaufen. Was haben wir hier? Wir haben die Produktimpression, die View-Item-List aus dem Google Analytics 4-Universum. Und wenn wir jetzt hier in unserem Google Tag Manager in der Vorschau-Konsole drin sind, dann habt ihr ja diese Reiter, nämlich mit Tags, Reliables, Data Layer, Content, Errors und so weiter. Wir kümmern uns jetzt um die anderen nicht, sondern wir kümmern uns um den Data Layer. Und für alle, die bis heute sich nie getraut haben, hier hinzuklicken, Achtung, jetzt ist es soweit. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier Data Layer Events auf der linken Seite. Das ist also ein Event, was im Data Layer abgelegt wurde. Ich zeige auch gleich nochmal, wie das funktioniert, wie sich das sozusagen aufbaut. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen aufgelistet, was zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Event abgelaufen ist, das ist also jetzt ein View-Item-List, also ein Aufruf von mehreren Produkten auf dieser Seite, also was zu diesem Zeitpunkt im Data Layer, also in der Datenschicht der Webseite zur Verfügung steht. Und jetzt können wir uns jeden dieser Werte, beziehungsweise in dem Fall ist das ein sogenanntes Array, also eine Zusammensetzung von mehreren Elementen, mehreren Items, mehreren Produkten, alles, was wir hier sehen, können wir uns als Variable im Google Tag Manager bereitstellen und dann für die spätere Messung oder für die Auswertung in Berichten zur Verfügung stellen. So, so weit, so gut. Gehen wir mal weiter und gehen mal so auf ein paar Produkte. Also, wir haben ja gesagt, das ist ein Aufruf von mehreren Produkten, den wir jetzt hier gerade sehen. Dieses View-Item-List-Event aus Google Analytics hier stellt also jetzt diese ganzen Produkte, die wir hier sehen, dar. Wir wählen mal unseren Pinot, was auch immer. Ich trinke Rotwein, ja, nehmt es mir nicht übel. Deswegen, ich wage es gar nicht erst auszusprechen, wie das im schönsten Französisch ausgesprochen wird. Und so viel dazu. Das war jetzt im Prinzip ein Produkt-Klick, also ein Produkt-Detail-Aufruf in der E-Commerce-Welt. Und jetzt mache ich gleich noch eine Warenkorb-Interaktion. Wir gehen zurück in den Google Tag Manager Vorschau-Konsole. Was sehen wir hier? Genau, das nächste Event, was dann im Prinzip abgelaufen ist. Nach diesem View-Item-List-Event haben wir dann das View-Item-Event. Also, ein konkretes Element, was wir jetzt hier ausgewählt haben. Und was sehen wir im Data Layer? Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Weil hier ganz, ganz viele Sachen zur Verfügung stehen. View-Item, View-Item suchen wir. View-Item. Ihr habt es mit Sicherheit schon gesehen beim Runterscrollen. Hier. Das ist der Event-Schlüssel für das View-Item. Also, das ist sozusagen das Data Layer Event. Und mitgegeben werden dann diese strukturierten Informationen in diesem Google Analytics für E-Commerce-Format. Wir machen das ganze Spiel nochmal. Ich klicke auf In den Warenkorb. Und das nächste Event, was wir hier haben, ist dann ein Add-to-Card-Event. Ja, ganz hier oben sehen wir wieder den entsprechenden Event-Parameter. Ja, oder das Event, was abgelaufen wird, abgelaufen ist. Und dann die entsprechenden Werte, die darunter zur Verfügung stehen. So, in dem Fall ist das hier Add, Products, ID und so weiter und so fort. Das ist das alte Enhanced-E-Commerce-Format. Und da drüber haben wir dann nochmal das Ganze im Google Analytics 4-Format. Das kommt hier aus dem Plugin für WordPress. WooCommerce könnt ihr auch nutzen. Google Tag Manager für WordPress Plugin. Und dann habt ihr in eurem WordPress WooCommerce-Store schon mal sehr, sehr saubere E-Commerce-Events. So, für alle, die jetzt nicht das Glück haben oder die Freude, mit einem WooCommerce-WordPress-Store unterwegs zu sein, die müssten jetzt dann wiederum mit ihren Entwicklern sprechen, damit diese Sachen eingebaut werden. Und jetzt zeige ich euch mal etwas, was vielleicht für euch neu ist. Ihr könnt in die Entwickler-Konsole reingehen, hier im Chrome-Browser in meinem Fall, und ruft ihr die Konsole auf und jetzt könnt ihr folgendes machen. Ihr könnt innerhalb dieser sogenannten Entwickler-Konsole quasi Data-Layer-Events simulieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe von diversen Kundenprojekten mal hier so ein paar Beispiele. Das erste, was ich jetzt hier nehme, wäre jetzt ein Login-Event. Ja, also wirklich mal außerhalb vom E-Commerce. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben Window.DataLayer, dann Window.DataLayer, das ist der Aufruf, dann der DataLayer-Push. Ja, also das heißt, in dem Fall wird wirklich ein Event herausgegeben, was dann korrespondierend zu einer Aktion auf der Webseite oder in der App ausgelöst wird. Das kann also sein, der Aufruf einer bestimmten Seite im E-Commerce. Das kann in dem Fall ein Klick auf einen Button, wo dann ein Login erfolgt sein und so weiter und so weiter. Das heißt, einem Webentwickler muss mitgeteilt werden, wo soll das eingebaut werden. Also, was geschieht auf der Webseite oder in der App in dem Moment und was soll er da einbauen. Und hier stellt ihr dann zur Verfügung, was ihr haben wollt. Klassischerweise wollen wir ein eindeutiges Event haben. Deswegen, das wäre dann ein sogenannter DataLayer-Push. In dem Fall der User-Login. Und das war jetzt ein Beispiel für einen User-Login in Kombination mit DocCheck. Das ist, glaube ich, so ein Terminbuchungstool. Aber es könnte jetzt alles Mögliche sein. Der Login-Type könnte jetzt zum Beispiel auch so eine, ihr kennt das sicherlich, so eine Google-Anmeldemaske sein. Also, Google und der User-Type ist dann vielleicht Free oder New oder so was oder New User. Ja, das ist also, ich mache jetzt mal wirklich ein wildes Beispiel an der Stelle. Wichtig ist für mich, dass ihr das Konzept versteht, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich schicke diesen kleinen Code-Schnipsel, das ist JavaScript, jetzt mal ab. Und dann bekommen wir hier so eine True-Meldung. Das heißt, dieser DataLayer-Push ist durchgegangen. Wenn ich jetzt in der Vorschau-Konsole vom Google Tag Manager drin bin, dann sehe ich dieses Event auch an dieser Stelle. Ja, das heißt, ich gehe jetzt mal hier hoch. Da ist es im Prinzip dieses Event User-Login. Und jetzt gucken wir uns mal an, was bekommen wir denn im DataLayer übermittelt. Wir haben die Daten aus dem vorherigen DataLayer-Events hier auch noch drin. Die sind sozusagen persistent. Und dann kommt natürlich unten das, was wir jetzt noch hinzugefügt haben. Also, das reichert sich in gewisser Weise dann an. Wir haben Login-Type Google. Wir haben User-Type New User. Machen wir mal noch ein Beispiel. In dem Fall vielleicht was aus dem Bereich der Ticketbuchung. Ja, das heißt, wir nehmen mal hier so ein Event. Und jetzt können wir das umbenennen. Wir nehmen das jetzt einfach mal sozusagen ein Booking. Und dann sagen wir, die Location ist in dem Fall Lyon. Ja, da bleiben wir dabei. Dann könnten wir jetzt vielleicht noch einen Price übergeben. Sowas in der Richtung. Ja, das heißt, der Buchungswert für diese Buchung sind dann vielleicht 249 in dem Fall. Und jetzt könnte man noch weitere Parameter übergeben. Wichtig ist, hier bei dieser Definition, bei diesem Schreiben des DataLayers, da könnt ihr die Sachen bereitstellen lassen von einem Webentwickler, die ihr braucht. Ja, also alles, was sozusagen aus der Seite oder was in der Seite zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung steht, sei es der Wert von einer bestimmten Buchung, sei es der Name eines Tarifs, der Name eines Produktes, der Name eines Events, was auch immer. Also das ist wirklich, das ist fast schon grenzenlos. Diese Sachen könnt ihr zur Verfügung stellen und dann entsprechende DataLayer-Events hier erzeugen. Wir gehen wieder rüber in unsere Vorschau-Konsole. Da ist unser Booking-Event in dem Fall. Und hier dann das, was wir gerade hinzugefügt haben. So, das war jetzt mal eine kleine Einführung in den DataLayer in Kombination mit dem Google Tag Manager beziehungsweise was man damit so machen kann, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt wirklich nur die Spitze des Eisberges, was es zu dem DataLayer, zu der Datenschicht einer Webseite, dem Aufbau und der Nutzung zu wissen gibt. Da kann man wirklich sehr tief eintauchen, dieses Thema. Das wäre jetzt für ein YouTube-Video wahrscheinlich ein bisschen viel. Kommt gerne in unseren Master of Search. Dort sprechen wir mehr darüber, wie ein DataLayer aufgebaut werden soll, was es zu wissen gibt, in welcher Kombination man ihn nutzen kann und so weiter und so fort. Ja, da erfahrt ihr deutlich mehr zu diesem ganzen Thema, wenn ihr mehr wissen möchtet. Und ich hoffe, ich habe euch zumindest mal ein bisschen dieses Mysterium des DataLayers auflösen können in diesem kurzen Video, wie das Ganze im Zusammenspiel mit dem Google Tag Manager funktioniert und was man damit so machen kann. Viel Spaß dabei, lasst die Webentwickler glühen, also sorgt dafür, dass ihr die richtigen Events in eurer Webseite drin habt, dass ihr die richtigen Werte auswerten könnt im DataLayer und viel Spaß dabei, viel Erfolg.